Ja, lieber Jürgen, wir sind natürlich heute sehr gerne hierher gekommen, hier zu deinem Geburtstag musikalisch zu gratulieren. Herzlich musikalisch. Wir haben gerade einen Choral gespielt, das haben wir ja alle gehört. Macht mehr so in dem Alter. Ein schöner Choral gespielt, jetzt wollen wir natürlich volkskömmlich weitermachen, das war dein Wunsch, was wir da aufschlagen. Ah ja, das passt super, das passt super, er tut manchmal was, man muss an ihm sein, nicht immer. Alte Kameraden. Es soll dann natürlich auch dir gefallen und deine Gäste, natürlich soll es gefallen, also wir müssen sehr gerne kommen, hier zu gratulieren, wir haben dir natürlich auch Kleinigkeit mitgebracht. Mal, wenn es wieder ruhiger wird, gell? Ja, dann sind wir da immer im Gartenhaus gerade, dann ist es noch vielleicht ein Kacklobe, was ich auch noch mal hin. Ja, immer. Ach, dann bringe es gemütlich, mal ein Schlitzchen. Ein Kärtchen, habe ich auch dabei. Mit ein paar schöne Glückwünsche. Ich schwätze gar nicht mehr arg viel. Wir denken einfach, dass wir hier spielen dürfen und wir legen einfach gleich wieder los. Herzlichen Glückwunsch. Und ich bedanke mich beim Musikverein. Und nachher gibt es etwas zum Messen und zum Trinken. Jawohl. Oh! Wir laufen über die Plastik, drei, Plastik, drei, Plastik, drei, Plastik! Plastik, drei, Plastik! A-N-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Das war's. 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 Das war's.